Niemand wusste davon. Sehen Sie, was er enthüllt. Jens Graal hat den Adler nicht nur auf dem Herzen, sondern auch auf dem Rücken tätowiert, sehen Sie, was er dazu sagt, seine Vertragsverlängerung und Pläne für die Zukunft. Das sind Frankfurt-Fans, wenn Sie keine Neuigkeiten aus erster Hand von der Mannschaft verpassen wollen, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal, denn wir sind immer aufmerksam für die neuesten Nachrichten von Eintracht Frankfurt und hier sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Früher war der Adler mein Lieblingstier, erklärt Jens Graal die Idee hinter dem Tattoo, das seinen Rücken zirrt. Knapp ein halbes Jahr nach dem Motivstich wurde er nicht nur körperlich zum Adler-Tröger, sondern auch vertraglich Graal zog um zu Eintracht Frankfurt, da ich zuerst das Tattoo bekommen habe, wurde mir vorgeworfen, ich hätte vorher von meinem Wechsel gewusst, lacht er und beteuert seine Unschuld. Eine Veränderung bedeutet bekanntlich oft einen Neuanfang. Der Start bei der Eintracht war für den 34-Jährigen jedoch deutlich einfacher als gedacht. Wenn man zum ersten Mal bei seinem neuen Arbeitgeber ankommt, ist man meist nervös. Aber hier war es wie nach Hause kommen. Als Familie freut sich Graal über den Beginn des Kapitels, an dem er seit Sommer 2021 schreibt. Kürzlich verlängerte der Torhüter seinen Vertrag bei Frankfurt bis 2026. Graal verrät, für mich ist es eine große Wertschätzung. Als ich ihn unterschrieb, blickte ich auf die letzten anderthalb Jahre zurück, schließlich hatte er mit der Eintracht viele magische Momente, gekrönt vom Gewinn der UEV Europa League. Da hat alles gepasst. Da sind die Hälfte der Tränen geflossen, sagt er emotional. Lassen Sie Ihr Like auf diesem Video, da es sehr wichtig ist, dass Sie die neuesten Nachrichten von Eintracht Frankfurt, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Und weiter. In der Main-Metropole bildet er neben Nationaltorwart Kevin Trapp, Diant Ramay und Simon Simoni das dritte Glied im Torwartquartet. Graal gibt zu, es gibt Konkurrenz. Aber immer auf einer freundlichen Ebene. Wir haben großen Respekt voreinander und können Spiele nur als Team gewinnen. Ich finde es immer besser, wenn das Team ein positives Verhältnis zueinander hat, erklärt das Geheimnis der Teamchemie. Graal sieht seine Zukunft im Nachwuchsbereich der Eintracht. Ich denke, ich werde als Trainer in den Jugendmannschaften starten, verrät er seine Pläne nach seiner Karriere. Ich habe jetzt schon viel Spaß daran, die U16 auszuprobieren und einige Einheiten zu leiten, doch bis es soweit ist, wird er sich voll und ganz auf seinen Job als Torhüter konzentrieren. Natürlich ist nicht jeder dritte Torhüter glücklich, sagt er. Aber, ich weiß, dass ich bereit sein werde, wenn der Tag kommt, an dem ich spielen muss. Graal identifiziere sich zu 100% mit dem Verein. Sehen Sie sich die neue Folge des Eintracht vom MeinPodcasts an, in der Jens Graal mit Moderator Jan Martin Straßheim mehr über seine Rolle in der Mannschaft, seinen Werdegang und seine Zukunft bei der Eintracht spricht. Und dann, Fans, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um täglich Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt zu erhalten. Bleiben Sie dran, ich halte Sie jederzeit mit den neuesten Nachrichten von Eintracht Frankfurt auf dem Laufenden. Eine Umarmung an alle!